so ein herzliches zu kommen und zu den ehem willkommen hier zurück wir fahren nach lüttich schöne belga geben uns mit räucherten sprotten nach belgien haben wir das jetzt probieren durchschalten Gut, Tank ist auch fast leer, das heißt nächste Tankstelle gehört schon um. Bauchzweck, geschlafen. Gut, unabsichtlich. Gut, mach. Gut, mach. Gut. Im Hintergrund haben wir jetzt die Musik auch noch dabei. Mal schauen, ob die so passt von der Lautstrecke her. Wir haben angeschaut, wie wir von aus der Brücke gekommen sind. So, dass wir nicht oben bei Dortmund fahren, sondern durch Köln. Dann nach Luke. Ich mag ihn. Die nächste werden wir noch nicht anhalten. Schauen wir mal die nächste in. Da, Bilder-Folder. Da, da. ganz gemütlich nach belgien nach belgien ganz gemütlich unterwegs ja wie gesagt plan für die zukunft für unsere firma einmal geld sparen mehr haben wir da jetzt noch nicht so geplant außer vielleicht dass wir irgendwo parken müssen weil wir schon müde sind ich glaube ich nehme doch die nächste möglichkeit wo man auch tanken kann zumindest was tanken und und geschlafen wird jetzt dann ja nicht so eine weite reise die also schon mal eigentlich weiter aus 600 kilometer aber keine tausend zuletzt das nach kiel ja ich bin mir schon mal ja ich bin mir schon mal ja ich bin mir schon mal ja Elbtunnel Hamburg. Wir gehen natürlich unter der Elbe durch, das war Elbtunnel. Um hier ein bisschen Aufklang zu betreiben. Warum fahrt der jetzt links rüber, wenn er gleich wieder rechts fahren muss. Da stehen die riesen Frachter, die abbeladen werden. Also Richtung Dördmünd. 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 Prämmern wir uns in der Brücke. Gleich weiter, schauen wo was kommt, gleich vor uns, eine Rastbahn. Dann haben wir noch ein gutes Stück. Jetzt haben wir eine Strafe, Verstoß gegen die Ruhezeit auch einmal. Aber gut, schauen wir uns gleich aufs Ohr. Ja. 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 Die Tasse, die möchte ich mir jetzt noch anstellen. Die Tasse, die möchte ich mir jetzt noch anstellen. Die Tasse, die möchte ich noch anstellen. Die Tasse, die möchte ich noch anstellen. So, ich komme eine Weile zur Ruhe. Die Tasse, die möchte ich noch anstellen. Ich möchte es mal gemütlicher machen. Ich möchte es noch anstellen. 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 Entspannt auf jeden Fall. Eine LKW ist aber. Ich muss das alles anziehen. Wartet werden wir. 50,45. Noch unterschied. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020